Hallo. Wer hätte es gedacht, dass ich gleich mich erstmal räuspern muss. Zum Anfang. So passend. Ja, wir sind, bzw. ich bin wieder semi-planlos. Ich bin komplett planlos. Wir sollten uns mit dem Reaktor veranstalten. Und da haben wir jetzt einen Code für gefunden. 742-58 für Reaktor, Kontrolle 3. Was mit 1 und 2 ist, wissen wir nicht. Aber der Reaktor im Techenwerk ist, dachten wir, gehen wir mal hier hin und gucken, ob wir irgendwas passendes finden. Gucken, ob wir direkt sterben oder ob wir vielleicht noch wenigstens drei Minuten überleben. Ja. Weil wir hier sowieso den Auftrag hatten, direkte Kontrolle umzuleiten. Das ist gut zu wissen. Ja, das haben wir bestimmt schon mal erzählt in der letzten Aufnahme, aber... Cargo Shuttle, blablabla, hm? Aber eben... Der System Shock liegt momentan auf meiner alten Festplatte und die wieder zum Laufen zu kriegen, ist immer eine Qual. Und... Ja. Also haben wir es doch noch geschafft, hier aufzunehmen, aber es hat, wie gesagt... Oder wie... Man merkt... Eine ziemliche Weile gedauert, bis wir hier ankamen. Und deshalb erinnere ich mich an nichts mehr. Und ich ignoriere ihn einfach. Du hast den Sicherheitshelm liegen lassen. Oh, den kann ich nicht mehr aufheben. Äh, so. Warum ist das eigentlich so grün? Das sieht so unglaublich gesund aus. Weil es ein Reaktor ist... High Radiation Area. Aber ist Reaktor wirklich grün? Kommt drauf an. Was für ein Reaktor? Also rein theoretisch so ein, äh... Handelsüblicher, äh... Voranreaktor. Der nicht. Voran selbst ist auch nicht grün. Das ist eher so... Recht helles Gold. Mehr oder weniger von der Farbe her. Das weißt du aus erster Hand. Nee, aus zweiter. Die erste ist weshalb so draufgegangen. Exakt. Aber fahr außen rum. Was außen rum? Ja, gut. Das wie... Ganz dick hier runter. Achso, ja. Hier rein. Hier ist die Core Control. Press Button. Was? Wir waren schon mal hier. Klar waren wir schon mal hier. Aber du hast doch nicht umsonst diesen... Code bekommen, ja. Wir brauchen irgendeine Zubehastkarte. Wo ist die hin? Hast du nicht gesagt, du hättest die? Wir haben einen Code. Der bringt mir aber bei diesen Kartenschlüssen nichts. Ach, wie hießen wir die schön hochauflösenden T-Shirts? Genau. Leute, die sich das irgendwann in der Folge anschauen, werden... Hoch. Sieht ungesund aus. Ach, das ist das Feuerding. Äh, ich warte. Gut, dass du wartest. Raumanzug. Nee, das ist nur gegen Strahlung und Toxizität. Weil vielleicht ist das ja hier als Wärmestrahlung klassifiziert. Das glaub ich allerdings auch. Das ist unglaublich logisch, ja. Ähm, ähm, regenerieren, genau. Gab hier war ich auch schon mal und kam irgendwo nicht weiter. Ähm, verliert man da viel Leben? Wenn du hüpfst, nur zwei. Pro, pro Landung, oder wie? Ähm, nee. Hoppla. Entschuldigung. Nee, nur, ich bin nur zweimal gelandet. Und ich hab jetzt noch 32 von... Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ich hab nicht drauf geachtet. Also, ich hab noch 5 von 11, also. Bin auch gehüpft. Aber ich war hier noch nie, deswegen kann man das schön zeigen, bei den Leuten. Wie der Reaktorkontrollzugang. Das ist so eine Superkarte irgendwie. Warum überall? Warum brennt es hier eigentlich? Ähm, weil der Reaktor die chemische und physikalische Energie in Wärmeenergie umwandelt, die dann... Ja, ja. Was, ja, ja? Ähm, die dann... Dampferzeug und elektrische Energie produziert. Was mich eher... Au. Ich hab mich grad so unglaublich erschreckt. Hab dann vielleicht daran gesehen, wie die Kamera gezuckt ist. Ja. Wieso das denn? Ähm. Ich wollte eigentlich gesagt, damit ich nicht mehr rauskomme. Bin zu nah an das Seitengitter gelaufen. Also, da, wo das Feuer dahinter ist. Ja. Und da stirbt man auch, wenn man in der Nähe ist. Ja. Und dann dieses plötliche, unerwartete... Von dem, von dem Kerl. Das hat mich so unglaublich erschreckt, weil ich da so nicht drauf eingestellt war. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin an der... An der QBR gespawnt. Quantenbiorekonstruktionsbett lagen. Ja. Gut. Ich glaub, es ging da lang. Ja. Da geht's lang. Okay. Gut, wenn das dann doch nicht hier war, aus irgendeinem seltsamen Grund. Ich mein, als ehrlich, Reaktoren-Trolle gehört's zum Reaktor und nicht drei Stockwerke drüber. Aber gut. Vielleicht hätten wir vorher in so eine Art Komplettlösung schauen sollen. Komplettlösungen sind langweilig überwertet. 6, komm mal... Und Gameplay-Videos, wo nichts passiert, sind nur langweilig. Nein, es passiert ja was. Es passiert nichts Produktives, aber es passiert was. Hm? Stimmt, die Zeit geht vorbei. Genau. So. Ach, es geht noch bis zum Freizeitdeck. Okay. Äh, ich glaub... Nein, das tut es nicht. Gut. Ist ja praktisch egal eigentlich. Warum? Äh, wenn wir hier unten doch falsch waren, können wir gleich oben weitermachen. Das heißt, dass wir die ganze Aufnahme jetzt einfach ignorieren, oder wie? Können wir. Wir können's auch zeigen und dann eben wir oben weitermachen, als wären wir da hochgelaufen. Wie ist Ihnen beliebt? Wie ist es euch beliebt? Das war das, genau, so ein komisches, so altes Buch. Irgendwie ganz nett geschrieben. Boah, das ist jetzt die Überlegung. Gut, hallo, da sind wir wieder. Ich hab jetzt mal spontan die Aufnahme gestartet. Ich ess trotzdem erstmal weiter. Okay. Ah, oi, 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 Assassine, Assassine. Mhm. Souvenir, Souvenir. Yum, lecker Donut. Stippt doch, endlich. Nein, ich will nicht sterben. Du doch nicht. Warte, oah. Jetzt sagst du, Roboter, ist hier denn da? Und noch mehr Assassinen. Hm. Ich weiß gar nicht, wo du bist. In den Crewquartieren. Jetzt im Crew-Ber. Hallo. Hi. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nicht hin müssen. Warum? Weil ich da nicht hin will. Klick, 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 klick. Aber hier ist auch nichts weiter. Ach, die Musik wieder. Äh, wo war noch mal? Die Ton wechseln? Da, hier. Weiß ich nicht. Ich hab noch eine EMP-Granate. Das ist, boah. Die Brücke wollen wir, glaube ich, nicht. Wollen wir nicht? Weiß ich nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Code für die Tür bekommen. Und wir haben noch, ich weiß, dass wir noch einige Türen haben, die wir nicht geöffnet haben. Gut, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo die alle waren. Offizieren geht's auch nicht weiter. Äh. Hier ging's irgendwo ein ganzes Stück weiter. Such mir mal getrennt. Ich komme hier zu den Offizieren nach und du Wasser. Oder du verteidigst mich von oben. Ich sniper hier so ein bisschen. Jo. Na, komm, hoch. Nee, das waren alles Quartiere. Nee. Du hast Spaß. Was? Du hast Spaß. Nicht wirklich. Entchen. Ja, dann lauf ich nochmal in die andere Richtung, ne? Mhm. Und da kommt es viel aus dem Klo. Oh, richtig. Ich erinnere mich schon mal. Da steht. Was? Wow, ich hab grad so einen Cyborg-Assassin kaputt gekriegt. So einen Cyborg-Killer. Ohne einen Punkt Schaden zu nehmen. Ja. Mit sechs aufeinander vollenden Schüssen. Ja, ja, das waren vollende Schüsse. Das war... Selbst vollend? Ja, die waren... Die waren wundervollend. Okay. Wir sind übrigens im Yamana-Orbit, ne? Wir haben den Planeten-Yamana rum. Wir sind komischen... ...Yamaniten-Leuten, diesen Echsen-Wesen. Ja. Oh, hi. Hi. Gut. Hier und... Es ist einfach schön, wie das hier... Wie einfach immer random Hochauflösigkeit mit... ...Normalkram zusammengemischt wird. Ja, nun. So viel Arbeit sollte man sich jetzt auch nicht machen, das alles hoch auszulösen. Und man sollte ja auch noch Original mit drin haben. Geht mir den ganzen... ...Kontext... ...Kontext zum Beispiel eher schlecht. Äh, vielleicht müssen wir doch zurück. Wo ging's eigentlich daher nochmal? Ähm, Moment. Da hinten, ähm... Da ging's zu den normalen Crewquartieren und zum ONN-Sektor. Ja, vielleicht ist da ja was. Mal schauen. Ja, richtig. Hier in die Shooting-Range. Bin mir sicher... ...die Rakta-Kontrolle ist irgendwo hier hinter diesen Zielscheiben. Schade. Preffer. Ich mein, ich hab viel zu wenig Munition, aber ich verschwende sie trotzdem. Ja, ist in bester Ordnung. Hier ist ein Lüftungsschacht, seh ich grad. Den hab ich zwar schon bestimmt früher gesehen, aber... ...da sind wir ursprünglich reingekommen. Oh ja. Als die Tür noch kaputt war. Au. Und wo? Okay. Roboter können anscheinend auch passieren auseinander. Das ist sehr gefrissen. Oh. 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 Okay, jetzt fehlt mir offiziell Munition. Jetzt hab ich grad schon wieder ein ganzes Magazin an zwei Gegner verbraten. Dann hab ich noch elf Schuss in der recht starken Waffe. Wir müssen bald irgendwie den Ausgang finden, ansonsten haben wir ein Problem, ne? Ja. 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 Wo bist du? Hier. Ja, lauf nicht weg, wenn ich sage hier. Guck mir eher ausgesehen. Hier. Hier. Ja, hier. Gut. Gehen wir doch nochmal durch, oder... ...weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub die Headquarters waren irgendwie... Ich weiß nicht. Haben wir nicht noch irgendwelche Logs und irgendwas... Hast du nicht noch irgendwelche in den tiefsten irgendwas? Weil ich... Ich... Ich könnte selber nachschauen, aber ich komm mit dir nicht klar. Und die sind also... Ich habe den Befehl, die Reaktorkontrolle umzuleiten. Dann für das Operationsdeck zwei Codes, wobei wir noch gar nicht im Operationsdeck hätten sein dürfen. Für Freizeit den Code für WARD REC B. Und dann eben hier im Kommando-Ding, äh, Code für Reaktorkontrolle 3. Ja, vielleicht sollten wir mal einen Code für Star Trek B suchen. Hast du das jetzt absichtlich falsch verstanden? Ja. Gut. Sorry, aber das ist das einzige Wort, was dem irgendwie nahe kommt. Jaja. Nur... Was heißt bitte WARFREC? Wartungs-Recovery-Unit? Wie Englisch-Deutsch? Auf jeden Fall! Ja. Äh, ich fürchte allerdings, du kannst nicht mitkommen. Warum? Weil das die Ebene ist, wo die Tür nicht aufgeht. Für dich. Stimmt! Tja, dann kann ich euch mal eine schöne Story aus der Kindheit erzählen, die ich nie hatte. Ähm... Nein, werde ich nicht tun. Naja, ja, 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 Fee-Ole. Sieh, ihr könnt ja zusehen, wie unglaublich elegant dieser Knopf nichts tut. Au. Und wir können den blinkenden Lichtern in der Decke zuschauen. Und siebenmal beim Sterben zuhören. Es... ja, ich versuche mich ja zu beeilen. Äh, Deck 5, Crew-Zugang erforderlich. Noch mehr Sachen, die wir nicht haben. Das wird ja immer besser. Könnte es sein, dass wir in der Maul noch irgendwas zu tun haben? Ich glaube irgendwie nicht dran. Könnte es sein, dass wir die Maul nicht in der letzten Aufnahme schon exzessiv durchsucht haben? Ja. Deswegen ja. Ah, so viele Roboter überall. Könnte es nicht sein, dass es mich die Tatsache stört, dass wir einfach keine Map haben? Absolut. Wir haben das QBR übrigens noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Wenn es hier eins gibt. Du klingst aber ziemlich tot. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit, die ich nicht rausholen könnte. Einfach mal umbringen. wirst du nicht noch einsetzen? Wir gehen, dann gehen, dann gehen. Wir gehen, dann gehen wir eine kleine Esidee an. Wir gehen. Und die sind auch die ganze E侠ge.